Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Rezensionsvideo von mir. Heute geht es um Monarchien, um Frank Lorenz Müllers Buch Die Thronfolge Macht und Zukunft der Monarchie im 19. Jahrhundert. Das ist ein Rezensionsexemplar, das mir zur Verfügung gestellt wurde vom Verlag. Ihr findet also wieder alle Informationen zum Buch in der Videobeschreibung und auch den Link zum Buch. Worum geht es in diesem Buch? Eigentlich verrät es schon der Titel, es steckt aber noch viel mehr dahinter, wie ihr euch sicher denken könnt. Es ist ja relativ umfangreich. Wir haben hier einen Autor, der genau weiß, worüber er schreibt und es schafft, es trotzdem spannend zu machen. Es ist kein trockenes Geschichtsbuch, wo man eigentlich nur so politische Daten und Fakten hat. Es ist wirklich spannend aufgemacht. Wir beginnen mit der Hinrichtung Ludwig XVI und arbeiten uns dann so vor. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf den Thronfolgern und was das eigentlich bedeutet. Also was bedeutet es, wenn man schon vor seiner Geburt diesen Status des Thronfolgers bekommt? Wie gehen meine Familienangehörigen mit mir um? Was prägt wohl meine früheste Kindheit? Wie wachse ich auf? Welchen Anforderungen muss ich gerecht werden? Schaffe ich das? Also das sind die ganzen Fragen und ich war vor allem als Erzieherin sehr erschüttert, wie brutal mit diesen Kinderseelen umgegangen wurde im Sinne der Monarchie. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das macht der Autor auch sehr deutlich. Auf der einen Seite ist das 19. Jahrhundert und auch nach 1900 einfach eine Zeit, wo die Monarchien um ihr Dasein kämpfen müssen. Es ist zwar ein starker Militarismus irgendwie auch da und auch so ein Traditionsbewusstsein, aber eben auch der Fortschritt und auch das Autonomiebestreben der Bevölkerung. Und diesen Spagat schafften fast keine Monarchien aufrecht zu erhalten. Also es war einfach zu schwierig. Es war einfach dieser Konflikt zwischen diesen Traditionellen, was ja so eine Monarchie irgendwo auch ausmacht und wovon sie dann nicht lassen wollten und der Moderne, die aber eigentlich inkludiert werden müsste. Und daran scheiterten dann halt einfach viele Monarchien. Und dieses, ja diesen Prozess beleuchtet der Autor hier auf wunderbare Weise. Er geht in die einzelnen Königshäuser rein, stellt die halt grob vor und dann bekommt man wirklich den Einblick in die direkte Umgebung des oder der Thronfolgerinnen, des Thronfolgers, überwiegend Männer. Und was das halt bedeutet hat. Und man fühlt so mit, also es ist wirklich ganz toll geschrieben. Und ich habe ganz oft gedacht, Göttchen, dieses kleine Kind hat so einen harten Arbeitstag, einfach nur, weil es das Pech hatte, dort von dieser Person geboren zu werden. Und es ist auch sinnbildlich, finde ich, was aus den meisten dieser Thronfolger geworden ist. Also wie die sich entwickelt haben. Nicht wenige haben sich das Leben genommen. Nicht wenige sind in Alkohol und anderen, ja, Fluchtmomenten irgendwie versunken. Also das war alles spannend. Es war so ein bisschen wie so eine Tratsch-Zeitschrift, ein bisschen Gossip hatte ich das Gefühl, weil man ja schon sehr privat reinguckt. Man bekam auch Briefe irgendwie zu lesen von Vätern und Söhnen, die sich da irgendwie gestritten haben oder wo irgendwie Verhandlungen über eine Ehe geführt wurden und, 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 und. Also man ist dann doch sehr nah und sehr intim irgendwie dabei. Was natürlich irgendwo auch spannend ist. Deswegen las sich das Buch auch ganz gut weg. Auf der anderen Seite hat es halt diesen Gossip-Touch. Also für mich zumindest. Also ich habe euch ja schon gesagt, woran es halt auch scheiterte, nämlich an diesem Umbruch in die Moderne. Und es gibt aber noch andere Aspekte. Und was ich auch sehr spannend fand und was super aufgegriffen worden ist, ist, welche Rolle die, ähm, die Mädchen hatten. Also natürlich hatten die noch keinen Fernseher, aber die hatten halt eine Presse. Und was das gemacht hat und was das bedeutet hat, schon zu dieser Zeit fand ich wirklich, wirklich schwer beeindruckend. Also da habe ich, da sieht man einfach auch mal die Entwicklung irgendwie, die das genommen hat und was für ein Druck schon ganz früh da war und was für ein Kampf das irgendwie auch ist. Und wieder eine Ambivalenz. Stelle ich mich gut mit der Presse und kann ein bisschen mit beeinflussen, was über mich und meine Familie geschrieben wird oder versuche ich das irgendwie zu schützen und dann werde ich aber zerrissen von der Presse. Und das hat auch damals, also das ist ja nicht so wie heute, wo irgendwie nur ein ganz kleiner Prozentteil irgendwie liest, äh, Zeitung liest und dann halt auch noch unterschiedliche Zeitungen. Nein, es gab die Zeitung und die haben halt echt alle gelesen. Und das heißt, es hat wirklich auch was mit der Bevölkerung gemacht, was die da gelesen haben. Es hat einen ganz anderen Status. Also das, das hat der Autor wirklich gut rausgearbeitet und es wird einem dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise bewusst. Was ich auch nochmal einen standenden Punkt, einen spannenden Punkt finde, ist, dass man ja immer so dieses Klischee im Kopf hat, dass so ein Prinz oder eine Prinzessin, so ein Thronfolger, irgendwie in Saus und Braus und pompösem Luxus aufwächst und irgendwie verzogen ist, weil, weil sie oder er alles bekommt. Aber im Grunde war es nicht so. Also hier wird ein ganz realistisches Bild davon gezeichnet, was für eine Knechtschaft das eigentlich war und wie isoliert und emotional verwahrlost, die einfach oft auch waren. Und das zu lesen war auch nochmal eine Bereicherung der Perspektiven, die man so hat, weil mir das auch so in dem Ausmaß, in dem es hier geschrieben wird, nicht bewusst war. Also das macht jetzt natürlich auch viel mehr Sinn, aber ich habe da einfach vorher so nicht drüber nachgedacht. Methodisch macht der Autor das so, dass er erstmal einen groben Umriss, Abriss gibt über das, was er eigentlich sagen möchte, was das Thema dieses Buches ist und dann belegt er diese Thesen oder diese Postulate, wie wir es auch nennen wollen, mit den Einzelschicksalen. Also man bekommt quasi immer so einen Überblick, Einzelschicksale, Überblick, Einzelschicksale. Und das macht total Sinn, weil man erstmal die Theorie im Grunde hat und dann wird es auf die Praxis runtergebrochen und das finde ich ist einfach ein sinnvolles Vorgehen. Und abschließend gibt es dann oft auch ein Fazit, also es steht nicht immer Fazit drüber, aber es ist ein Fazit und der Schlussfolger dann aus dem bisher geschriebenen, sodass man einfach auch nicht den Faden verliert und immer so im Blick hat, ah okay, ich habe jetzt diese Tratschgeschichte, von Prinz XY gelesen, weil, das hängt im Zusammenhang mit und das fand ich irgendwie ganz gut, so kommt man doch aus diesem Klatschblattgefühl ganz schnell heraus. Dann gibt es natürlich Personen in dem Buch, die mich mehr beeindruckt haben als andere und eine kannte ich noch gar nicht und zwar ist das, und ich hoffe ich spreche das richtig aus, Prinzessin Margarita von Savoyan. Und ja, ich hoffe, sie ist aus Italien und sie war so eine taffe Frau, also auch für diese Zeit, also von ihr zu lesen war wirklich ganz besonders, ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, weil das ist ein kleines Unterkapitel in diesem Buch, aber einfach, falls ihr es lest, das gebe ich euch mit, das fand ich besonders schön, also besonders toll einfach, was für eine Funktion diese Frau hatte, wie sie diese erfüllt hat und welchen Einflussradius sie sich dadurch eröffnet hat. Also sie hat sich einfach nicht unterkriegen lassen von diesen Fremdbestimmten um sie herum, sondern sie hat selbst das Beste wirklich aus dem gemacht, was ihr da zur Verfügung stand und es ist ihr unwahrscheinlich gut gelungen. Eine weitere Anekdote, die mich wirklich den Kopf schütteln ließ, war das Geburtstagsgeschenk eines Thronfolgers zu seinem 16. Geburtstag, da durfte er sich dann ab seinem 16. Geburtstag selbst aussuchen, was er anzieht. Mit 16. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich finde das so krass, also das Individuum wird einfach absolut beschnitten, es gibt kein Ich mehr, es ist nur noch Wir und wenn einem das aufgedrückt wird von frühester Kindheit, also was das mit einem macht, das ist, nein, jenseits von Gut und Böse, wirklich. Was für mich auch noch interessant war, war die Ausprägung des Militarismus in Europa, in Deutschland vor allem und was für groteske Formen das eigentlich angenommen hat. Also wo man dann schon irgendwie Fotos von zwei dreijährigen Kindern mit Uniform und Degen behangen irgendwie gemacht hat, wo Könige sich unfassbar inszeniert haben, ohne jemals ein Schlachtfeld gesehen zu haben. Also was das für ein Image einfach hatte und was das bedeutet hat und da wird dann einiges, was so den Ersten und Zweiten Weltkrieg angeht, ziemlich deutlich. Also da kann man gut die Verbindung ziehen. Das fand ich wirklich spannend und was auch spannend war, war, wie das Ende der Monarchie einfach vonstatten gegangen ist. Also das wird hier auch abschließend natürlich behandelt. Also ein rundum gelungenes Buch, finde ich. Und ich würde ihm so zwischen drei und vier Sterne geben, weil es mich nicht umgehauen hat. Es war aber trotzdem sehr, sehr interessant. Es ist gut aufgemacht, es lässt sich spannend lesen. Ähm, ja. Ich kann es empfehlen. Wen das interessiert, auf jeden Fall. Man ist hinterher definitiv schlauer und ich denke, das war's. Ähm, lasst mir doch da, wenn ihr es schon gelesen habt. Und ansonsten, ähm, hoffe ich, ihr konntet da für euch irgendwie was Spannendes oder Interessantes rausziehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.